Also, Jo, der Aufhänger ist jetzt das Tino und ich weiß, dass ich da bin und ich werde Ihnen eine kleine Überraschung machen und weil wir jetzt spontane Viertelstunde mehr Zeit haben, werden wir einen Spontan-Flotcast aufnehmen müssen. Ja, mal sehen, der müsste jeden Moment kommen. Kleiner Schnitt am Rande. Ah, der Sack. Ich bin schon auf Aufnahme, ich hab nicht gesagt, ich bin nervös. Was? Das ist ein Zeichen für nervös. Er hat eine optione Handbewegung gemacht. Jetzt kommt er. Ich glaub, wer kommt? Kommt er raus? Hallo Tino, herzlich willkommen beim Spontan-Flotcast. Hallöchen. Hallöchen. Wir haben uns jetzt überlegt, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, deshalb machen wir einen Spontan-Flotcast. Die Zeit muss sein. Oh, wie komm ich denn hier rein? Ja, wir haben jetzt einen extra Gast eingeladen. Das ist ja verwirrend hier. Ja, wie fühlst du dich? Ich fühle mich großartig. Ich hab schon Themen vorbereitet, wir müssen jetzt nicht alles googeln. Thema Nummer eins war, warum hast du Juden und Moslems? Ich hasse sie nicht alle, also ich mochte sie mal sehr gerne, aber ich hab so viel erlebt, weißt du. Du hast jetzt hier so ein Bart langwachsen lassen und fürchtest Konkurrenz. Hashtag Aluhut Nachbar. Hallo. Hallo. Moin. Noch ein spontaner Gast im Flotcast? Ja. Wir machen einen Flotcast. Ein Flotcast? Ein Flotcast. Das ist ja der Programmchef von Radio Lotte. Hallo. Ja, großartig. Ist das dein Thema Nummer eins hier heute? Das war das Thema Nummer eins, ja. Ja. Nein, ich hasse nicht alle, aber ich mag sie auch nicht alle. Aber du läufst ja auch schon wieder rum wie so ein böser Onkels-Fan. Na, ich suche noch... Stimmt, du hast Stiefel, jetzt fehlt noch die Glatze. Ich suche noch die weißen Schnurrschenkel und den Rasierer dafür. Und die Blutspritzer. Richtig. Die kommen noch, die mach ich selbst. Ist das hier nicht ein Flotcast, sondern ein Tino-Mobcast? Ja, natürlich. Das Ding muss ja auch einen Namen bekommen. Tino-Mobcast. Haben wir noch ein Thema? Tatsächlich ist mir noch was eingefallen. Ich weiß nicht, sind dir in Weimar schon NPD-Plakate aufgefallen? Ja. Echt wo? Die Klassiker. Also hier an der Osielski-Straße war mehr Geld für die Oma statt für Sinti und Roma. Oh Gott, das ist ja uralt. Hast du die Nazis gerade Klassiker genannt? Ne, die Plakate. Achso. Ja, Nazis sind so klassische Menschen. Ne, die Motive sind die Klassiker, nicht die Nazis. Ich habe nur eins entdeckt, das hängt vor dem Haus meiner Mutter. Oh. Was tun? Gibt es noch Aufkleber? Also ich würde sagen, auf keinen Fall bekleben und niemals, also wirklich niemals abhängen in der Nacht. Hatte ich auch nicht vor. Du wolltest tagsüber machen. Achso, das kann ich nicht gutheißen als Demokrat. Ey, war doch nur Spaß. Wenn ich deine Mutter kenne, hat dir das selber aufgehangen. Ich denke auch. Wie sagst du sowas? Um auch mal in deine Richtung zu sticheln. Ich dachte, wir spielen jeder gegen jeden. Meine Oma. Habe ich Oma gesagt? Weiß ich gerade nicht, aber wir haben Beweise. Mutter. Hast du deine Mutter gerade Oma genannt? Oh Gott. Ja, ansonsten hat noch jemand ein Telefon, wo man mal Themen rausgoogeln kann? Ja, Drachenlord ist noch passiert. Das ist für dich, glaube ich, ein ganz großes Thema. Na, habt ihr das gesehen, den Streifen vom Drachenlord? Ja, ja. Okay, und? Das ist eine Epos. Nee, ich habe nicht gesehen. Noch nicht. Beschreib mal, was du gesehen hast. Nee, nee, anders. Beschreib, was du denkst, was du gesehen hast. Ich habe auf jeden Fall gesehen, wie der Drachenlord eine Puppe vergewaltigt. Aber ich habe erkannt, dass die Puppe kein echter Mensch war und dass der Drachenlord seinen Penis in ihre Mumu gesteckt hat. Wieso sagst du vergewaltigt? Vielleicht wollte die das. Glaube ich nicht. Wer will schon mit dem Drachenlord schlafen? Jetzt hörst du mal auf. So zu mobben. Der Drachenlord ist auch ein normaler Mensch. Das ist der Tino-Mobcast, nicht der reiner Mobcast. Ja. Also Tino, Ausländerfeind. Und Drachenlord-Feind. Nummer eins. Und Nummer zwei. Beschreib mal, was in dem Streifen zu sehen ist. Der Penis vom Drachenlord. Ist er, glaube ich, nicht mal, oder? Tatsächlich nicht. Echt nicht? Tatsächlich langweilig. Man sieht alles, außer das. Aber den kennt man ja mittlerweile auch. Ich habe gesehen, wie er sich rasiert hat mal. Aua, ja! Der ist ganz schlimm. Das hast du mir ja erzählt. Und dann habe ich mir das mal angesehen. Und er meinte in so einem Kommentar irgendwie, ja, alle denken, wir Dicken hätten kleine Pimmel, aber meiner ist recht groß. Es wirkt halt nur klein. Er hat ja dann auch lang und breit erklärt, dass der innen schon anfängt quasi. Genau, richtig. Ja. Aber es nützt ja nichts. Alle Penisse fangen innen schon ein bisschen an. Ich sehe schon, der hat die Knowledge Bombs getroppt. Mein Flottgast geht in die richtige Richtung. Es ist auch Aufklärung, alles mit drinne. Schön. Ja. Das heißt, du warst schon im Brennpunkt. Ich war jetzt quasi, äh, Robin war jetzt im Flottgast. Jetzt muss ich noch im Podium-Cast auftauchen. Warst du da noch nicht? Nee, bisher nicht. Oh shit, na dann. Na gut. Ist der Nachholbedarf. Ob das passiert oder nicht, das wissen wir nicht. Aber fahrt ihr in der nächsten Ausgabe vom Flottgast? Warte, nee, wir müssen sechs Minuten machen und ich habe eine Minute gewartet. Das heißt, wir haben noch mindestens eine Minute Zeit. Achso. Ja. Ja. Ja, Kuse gehen raus. Ja, also Schwannsibad, ne? Großes Ding. Mal gucken, wie lange es dauert, bis die erste Kackwurst wieder drin rumschwimmt. Nein, durch das neue Reinigungssystem kann sowas nicht mehr passieren. Ja. Wie, das neue Reinigungssystem. Ich bin sehr gespannt. Na, was denkst du, wenn die das umgebaut haben? Also es heißt, dass das Wasser jetzt nicht mehr trinkig werden kann. Das werden wir ja sehen. Da haben sich ja in den letzten Jahren immer so Algen gebildet und so. Das kann jetzt nicht mehr. Vermutlich kommt dann so eine Roboterhand und wird dann den Haufen nehmen und den raus direkt auf. Der kleine Schreibtisch. Ja. Da sind wir uns einig. Klingt nach dem Plan. Und eine linken Politikerin hat hier Wahlplakate zerstört von der CDU. Warum denn das? Das war noch ein großes Thema. Okay. Ja, sie ist immer erwischt worden. Das ist halt dumm gelaufen. Eine linke Politikerin? Ja, das darf man eigentlich nicht machen. Das ist wirklich nicht so schlau. Man darf es immer nicht machen, aber das ist auch einfach nicht schlau. Ne. Das war auch sehr peinlich und hat meinen Skandal so ein bisschen überdeckt. Oh. Ja, gut. Glück gehabt. Das nächste Mal unterhalten wir uns darüber, warum es wenig Sinn macht als erwachsener 50-jähriger Mensch, der schon seit Jahren im Journalismus arbeitet, kleine Kinder zu befragen, wie und was und warum sie demonstrieren. Ja. Er macht sie nicht nur mit Kindern. Er macht sie auch mit. So wie Michael Jackson. Richtig. Er macht sich nur mit Kindern. Er macht auch mit Kind geblieben. Hallo Tina. Willst du was schnell im Flodcast sagen? Wir nehmen gerade einen Flodcast auf. Schnell, ruf hoch, dass du mich liebst. Oh, an dieser Stelle gibt es eine kleine Werbeunterbrechung. Tina braucht noch kurz, bis sie über die Straße ist mit ihrem Kinderwagen. Hallo Tienchen. Hallo meine Wünschen. Na? Na? Wir warten gerade, bis wir unsere Sendung aufnehmen können und machen eine Zwischenaufnahme. Mit meinem Telefon. Werde ich jetzt berühmt? Ja. Willst du irgendwas sagen? Du bleibst berühmt. Ich bleib berühmt. Das wollte ich hören. Schön. Ne, so Spontanität fühle ich so weit. Ja, ja. Hört man das? Schreibt es in die Kommentare. Das war es auch schon mit unserem Flodcast. Flodcast. Ne, nur einmal die Woche. Okay, der Flodcast ist doch nicht zu Ende für eine Sondermeldung. Die Vögel scheißen vorm Himmel. Ja, die Crumpy Cat ist gestorben. Ganz traurig. Ziemlich traurig. Hier hört ihr zuerst. Ja, sehr gerne. Auch wenn die Crumpy Cat ist tot. Also heute ist schlecht und morgen auch. Aber sonst? Ja. Heute ist schlecht. Ja, das ist nicht so gut. Okay. Das war der Flodcast. 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 Hier in DuckTest. Stimmt. Hier gibt es einen Fortschritt. Und hier sind die Flodcast. Da haben die Flodcaste verringen. Aber sonst wird das Wasseruerkennen. Die Flodcaste verringen müssen. Die Flodcaste verringen sich vor allem nicht.